Ja, na, komm ran hier, Alter. Ja, alter dicker fetter Giebel, das kann doch nicht sein. So ein dicker fetter Giebel und nicht ein Skillpunkt mehr bekommen im Posenangeln? Das gibt's doch gar nicht. Geht's dir genauso, Alten? Schön hier am rausziehen, einfischen nach dem anderen, auch mal so ein paar dicke Brocken und man kriegt einfach keine Skillpunkte mehr? Ist doch nicht wahr, Alter. Das kann doch nicht sein. Hier stundenlang hier am Brassen kloppen und am Giebel und Karauschen kloppen und es gibt einfach keine Skillpunkte mehr, weder im Posenangeln oder im Grundangeln oder wie auch immer du gerade unterwegs bist. Ja, passiert, ne? Ich hänge jetzt gerade hier auf 44,5% rum. Hab hier schön ein bisschen geskillt, aber es geht irgendwie nicht weiter. Ich krieg einfach verdorrig nach Moor keine weiteren Skillpunkte im Posenangeln. Woran liegt denn das, Alten? Jetzt sehen wir den eigentlich nochmal eben kurz raus. Vielleicht haben wir jetzt ja... Ne, kein Glück. Ähm, ich lasse die mal eben draußen, sonst bin ich hier die ganze Zeit abgelenkt, denn wir müssen da mal ein bisschen in die Materie reingehen. Also, wenn ihr anfangt, lüppt das alles ja immer wunderbar. Das heißt, die ersten paar Fishies bringen auch ratzfatz Skillpunkte und es ist alles eigentlich gar nicht so schwierig, die ersten paar Skillpunkte in eurer Angelmethode zu bekommen. Höchstwahrscheinlich seid ihr ja anfangs vielleicht mit der Stippe natürlich unterwegs, dann wird das irgendwann ätzend. Man kauft sich seine erste Grundmontage, sein erstes Grundfiedergrundset und skillt hier natürlich dann rein, beziehungsweise bekommt hier seine Skillpunkte. Mit dem Account bin ich ja ausschließlich auf Pose unterwegs, deswegen habe ich hier natürlich keine Skillpunkte drin, außer hier natürlich vom Tutorial direkt die 2% und ansonsten hier komplett eben alles auf Posen fischen gegangen. Und ja, dementsprechend ist das natürlich für mich gerade hier interessant, Skillpunkte zu bekommen, damit man eben auch weiterkommt. Wie kommt man denn dann wirklich an diese Skillpunkte, ist halt immer die große Frage. Und am leichtesten ist es, wenn man die höchstmögliche Montage verwendet. In meinem Fall wäre es jetzt natürlich dann praktisch, ich gehe hier rein, ich gehe hier rein in meine Bolo und nutze dann hier nicht die Feststellmontage, sondern, was habe ich als nächstes freigestaltet? Hier, Bolognese Montage. Alles klar, Bolo Montage, muss ich mir also mal eben eine Bolo-Pose kaufen. Rein in den Shop. Rigg-Komponenten, Bolognese-Posen und da gönne ich mir eine etwas stärkere mit 8 Gramm Tragfähigkeit und zurück ans Wasser. So, und da sind wir wieder. Also, Bolo-Rute, Bolo, alles, alles ausgerüstet. Hier habe ich einfach mal Perlengraube drauf, 8 Gramm, damit ich auch mal ein bisschen was Schwereres auch dranhängen kann und auch damit ein bisschen weiter auswerfen kann. Und dann haben wir jetzt hier die momentan für mich höchstmögliche Angelmontage erstmal in Verwendung, damit ich dadurch eben auch leichter skillen kann. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Wenn du hier Stunden, Tage und Wochen hockst und immer nur den einen Fisch fängst, immer nur auf Brasse gehst zum Beispiel, ist das ja nicht wahnsinnig skillreich. Das heißt also, du hockst da, schmeißt wie der Neandertaler, immer die gleichen Köder, immer an die gleiche Stelle, auf immer den gleichen Fisch. Wow. Das macht natürlich nicht den Skill aus, wie du mit deiner Montage, mit deiner Grundangelart auf verschiedenste Fische angelst. Dementsprechend kriegst du auch einfach keinen Skill. Bedeutet, im Umkehrschluss, geh doch einfach mal eine Stunde an den Windenbach, dann klopfst du da mit dem Mistwurm, 18er Haken, 20er Haken, ballerst da einfach mal alles raus, was es da gibt, kannst schön die ganzen Kaffeeaufträge absolvieren und danach gehst du ganz entspannt mal eine Stunde an Moskito, klopfst ein paar Giebel und Karauschen und dann gehst du weiter. Tada! Bollo-Montage! Erster Fisch auf Bollo! Ein Rotauge, jawohl! Dann klopfst du weiter auf Giebel und Karauschen am Moskito, beziehungsweise dann gehst du hier zur alten Festung und klopfst auch hier mit einfachen Ködern und auch da wieder der Tipp, einfach mal verschiedene Köder nehmen. Ich stand jetzt hier bei der Made schon, ich stand jetzt hier gerade mit Perlengraupe, ich stand jetzt hier schon mit Mistwurm, Mistwurm auch so ein Allround-Köder, auch hier an der alten Festung. Testen, 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 testen. Viele verschiedene Fische, am besten natürlich in einer hohen Frequenz und dann muss man natürlich sagen, ab einem gewissen Punkt merkt man halt, dass vielleicht eher mal die Skillpunkte reinballern, wenn man die Trophies zieht. Heißt also irgendwann, wenn du ein vernünftiges Setup hast, heißt so Level 20 plus, in dem Bereich vielleicht, mit einem 14, 15 Kilo Bremse Setup, also Alpha oder HSV, dann vielleicht beim Bärensee schon ein paar Karpfen klopfst und wenn du da mal so eine Trophy rausziehst oder vielleicht auch dann tatsächlich mal zwischendurch beim Karausche kloppen oder Brassen kloppen, da die Trophies rausziehst, dann hast du eher nochmal die Chance, dass dann diese Trophy wieder an den Skillpunkt bringt, wobei halt so eine Trophy auch nicht so regelmäßig ist. Heißt aber im Umkehrschluss wiederum, immer wieder viel probieren, verschiedene Fische, wenn man das Glück hat halt mit Level 20, dann sofort ab zum Volcho. Am Volcho gibt es dann wieder ganz andere Fische, die du bis dato noch gar nicht hattest, die sogenannten Z-Fische, Zerte, Zobel und die Zope und wenn du die dann auch noch mit dabei hast, auch das sind Fische mit einer hohen Frequenz, dann lübt das eigentlich ganz gut. Aber das ist halt so der große Knackpunkt. Viele, also mit der höchstmöglichen Montage, viele verschiedene Fische fangen, da ist das Setup, wurscht welches du verwendest, das ist nicht entscheidend. Es ist auch nicht entscheidend, dass du dir vorher schön einen in den Kopf reinballerst, dann mit Alkohol irgendwie auch noch dann angelst. Das alles bringt halt XP-Punkte, aber nicht unbedingt Skillpunkte für dein Posenangeln oder für dein Grundangeln oder Spinnenfischen beziehungsweise auch nicht hier für die Jobs. Das hat damit halt alles gar nichts zu tun. Da ist es einfach wichtig, dass man es macht. Genauso hier wie bei der Köderbeschaffung. Grießbrei, natürlich auch hier immer das höchstmögliche. Jetzt in meinem Fall wäre es jetzt Grießbrei. Die höchstmöglichen Komponenten verwenden. Weizenkörner verarbeiten sind halt relativ teuer. Grießbrei herstellen kann man machen. Süßteig wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Und dann kommt man irgendwann zum Knoblauchteig. Den wollen natürlich immer die ganzen Brassenangler haben. Heißt also da dann die Komponenten ab Level 35. Das ist also auch nicht mehr so wirklich viel. Dann rein in den Knoblauchteig durchziehen. Einfach mal 1000 Knoblauchteig machen. Shitty goal. Wenn dann am Ende auch irgendwann weniger Skillpunkte kommen. Auch nicht so wild. Du brauchst ja diesen Knoblauchteig. Du brauchst ihn ja eh. Käsewürfel ähnliches Ding. Einfach mal 1000 Käsewürfel machen. Denkt dran, diese ganzen Komponenten sind super teuer. Das heißt, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid. Und auf Grund unterwegs seid. Und ihr seid vielleicht erstmal beim Knoblauchteig schon angekommen. Habt ihr ja schon ordentlich Silber reingeballert. Und ihr müsst ja ab einem gewissen Punkt auch überlegen. Jetzt bin ich hier mit dem Account gerade 15. So langsam. Ich habe jetzt knappe 340 Silber. So langsam muss ich mal sparen. Dass ich dann ab 20, heißt also in nur noch 5 Leveln, auch noch genug Kohle habe, um mir ein vernünftiges Set zu kaufen. Das ist halt immer so ein bisschen dieser Grad, diese Wanderung zwischen Skillen. Wie weit skille ich? Und wie viel Kohle spare ich? Damit ich mir dann im richtigen Level auch die passenden und die besseren Items kaufen kann. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass man dann wiederum weiterkommt und die dickeren Brocken rausziehen kann. Also ich würde sagen, bei der Köderbeschaffung bis erstmal nur bis zum Knoblauchteig-Skillen reicht komplett. Käse auch wieder sehr wichtig. Den muss man ja am Kuori dann kaufen. Auch das ist teuer. Quarkteig kauft man auch am Kuori. Das sind halt alles so Komponenten. Dann geht es halt wieder richtig ins Geld. Vielleicht kann man da eher noch mit dem Erbsenbrei auch skillen. Aber das dann halt wie gesagt später. Auch das mit dem Eierteig durchkloppen und sowas. Das kann man machen, wenn man irgendwie im hohen Levelbereich ist. Man hat sein Basisset schon. Man will einfach nur vielleicht schnell Köderbeschaffung nachskillen, weil man es vielleicht noch nicht voll hat. Dann ballert man mal eben 10.000 Eierteig durch, weil es halt nicht so teuer ist. Und macht dann im Idealfall auch natürlich in der Happy Hour dann noch so ein bisschen Bonus-X-Pese und kriegt dann seine Köderbeschaffung hoch. Dann macht das Ganze Sinn. Wenn man im Low-Level-Bereich ist, im Mid-Level-Bereich, einfach damit skillen, wo man auch angelt mit den Zutaten. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch fürs Anmischen, also für die Futter mischen. Auch da gibt es immer wieder die Guides, Alden verwendet doch einfach nur die Basis. Heißt also, ihr wollt euch eine Futtermische, ihr wollt in der Futtermische skillen und wollt hier irgendwie die Güster- oder die Karpfen-Mische zusammen haben. Ja, natürlich kann man da einfach nur sich die Basis nehmen. Auch da wieder die höchstmögliche Basis, die man verwendet. Nichts anderes rein. Hier steht es ja überall. Nein, 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 nein. Also es ist alles nicht notwendig. Man kann nur mit der Basis quasi eine Futtermische herstellen. Immer die höchstmögliche. Und dann kriegt man natürlich relativ schnell Skill-Punkte. Man schmeißt dann alles weg. Man ballert aber auch das Silber raus. Wieder das Gleiche wie bei den Ködern. Reingehen in Köder- bzw. Futtermischen, die man auch verwendet. Heißt also, ihr wollt Brassen-Mische höchstwahrscheinlich irgendwann haben. Das heißt, auf dem Weg dahin habt ihr wahrscheinlich die Rotaugen-Mische und die Karauschen-Mische, die ihr schon herstellen könnt. Einfach mal herstellen. Bam, bam, bam. Wenn ihr tausend Karauschen-Mischen da rumliegen habt, ist das ja nicht wild. Das Zeug wird ja nicht schlecht. Allerdings vorher die Skill-Punkte in Angelfutter-Bereitung reinballern. Das heißt, im Anfangsbereich habt ihr theoretisch Skill-Punkte übrig. Man muss die nicht in irgendwelche unsinnigen Sachen reinkloppen. Beim Posenfischen habe ich jetzt bisher erst sieben Punkte verteilt. Habe also noch zwei Stück übrig. Habe aber auch noch welche über gehabt oder fünf Stück noch übrig gehabt, um hier in die Angelfutter-Mische reinzugehen. Damit direkt die Futter-Mischen eine hochwertige Wirkung haben. Das heißt, eine Wirkung von neun oder zehn von zehn möglichen Points. Also das ist auch ganz wichtig. Hier die Punkte reinballern. In die Basis die Punkte reinballern. Entweder halt hier jetzt in die Stippe oder dann beim Grundangeln vielleicht als erstes auch in die Stationärrolle. Da kann man reingehen. Wenn wir nochmal ins Grundangeln gehen, wäre halt Stationärrolle. Dann später die Haarmontage, Karpfen und so weiter. Es gibt extra Videos dazu, wie man richtig skillt. Einfach mal gucken hier auf dem Kanal. Gibt es extra Quick-Tips. Es gibt extra fürs Grundangeln. Es gibt für jede Angelmethode nochmal extra Videos, wie man im Idealfall skillt. Und dann wie gesagt, wenn ihr das hier geskillt habt, auch da sinnvoll herstellen, das Angelfutter. Und nicht einfach nur die Basis verballern. Das kann man wie gesagt machen, wenn man im hochleveligen Bereich ist, keine anderen Sorgen mehr hat. Und man macht eh in einer Stunde 600 Silber. Dann ballert man mal eben die Basis durch und macht auch da immer schnell das Max-Level. Nichtsdestotrotz, auch alles dauert immer länger. Deswegen, wenn man so in diesem Bereich jetzt hier gerade ist, 40-50, fängt es schon langsam an, dass es ein bisschen zäh wird. Wart mal abhalten. Wenn du im Bereich von der 90 bist, ist es nochmal ein ganz anderes Leveln. Da freust du dich, wenn du einmal am Tag noch einen Skillpunkt kriegst. Und die letzten 5% sind dann nochmal schlimmer. Also es wird schwieriger. Das soll ja auch so sein. Das heißt mal eben, durchjagen ist halt nicht. Macht euch aber auch keinen Stress damit. Denn, ich sag mal, die wichtigsten Punkte sind eben, wenn wir jetzt hier mal beim Grundangeln bleiben, sind vielleicht hier bis zu den Karpfenrouten. 60% das ist halt interessant. Pop-Up-Rig natürlich nochmal ist auch mit 60%. Und dann irgendwann nochmal auf die Schlaufenmontage gehen. Da auch die Skillpunkte reinmachen. Und dann hat man eigentlich bis dahin erstmal alles erreicht. Das heißt also, mit 70% beim Karpfenangeln hat man die wichtigsten Sachen erledigt. Beim Spinning hat man hier die Punkte, ja stationär hat man eh geskillt. Spin-Route, Spinner würde ich reingehen, Wobbler, wenn man da Skillpunkte reinmacht. Aber auch da muss man halt gar nicht die Skillpunkte reinmachen. Ich sag mal, die ersten Points hier bis 35%, das ist schon wichtig. Anfangs natürlich in den Spinner rein, dass man am Belar ja auch richtig die dicken fetten Brocken zieht. Und dann hat man eigentlich schon mit 1, 2, den ersten 3 möglichen, da braucht man gar keine Voraussetzungen. Die kannst du von vornherein skillen theoretisch. Hat man damit schon alles erreicht. Also wenn man halt schwerpunktsmäßig auf Spinning geht, ist man damit quasi schon fertig. So, das war es eigentlich im Großen und Ganzen zum Skillen. Das ist es. Heißt also nochmal, A, erstmal nicht den Kopf in den Sand stecken. Es kommt eben mit der Zeit, macht euch keinen Stress damit. Setzt euch Ziele, was benötigt ihr wirklich an Futtermische, an Ködern. Und wohin müsst ihr theoretisch kommen? Einmal natürlich vom Skillen. Knackpunkt jetzt hier natürlich, der wichtigste ist hier, würde ich sagen, beim Grundangeln, dass man relativ schnell vielleicht die Karpfenrouten frei hat. Wobei das mit 3x Grund auch relativ schnell geht. Und dann entscheidet sich, kauft man sich halt vorher nochmal eine dicke Fiederroute oder geht man halt direkt besser auf die Karpfenrouten. Macht eigentlich noch mehr Sinn. Direkt eine Karpfenroute kaufen, direkt die HSV kaufen oder die Alpha kaufen und dann gebe ihm. Das sind so die wichtigsten Points. Gas geben, Fische rausziehen, viele Fische rausziehen, unterschiedlichste Montagen, unterschiedlichste Fische an verschiedenen Gewässern mit der höchstmöglichen Montage und dann lübtert auch mit den Skillpunkten. Petri ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.